Heute Abend tagt der Koalitionsausschuss. Was erwarten Sie? Ich erwarte, dass die Bundesregierung sich nicht nur auf öffentlicher Bühne ständig streitet. Also man hörte ja jetzt in der Osterpause, gab es ja fast jeden Tag von der FDP irgendwelche Vorschläge, als würde sie sich auf eine Regierungsübernahme vorbereiten. Sie ist aber in der Regierung und die Grünen sagen, was sie nicht machen wollen. Wir erwarten, dass es eine klare Fokussierung auch gibt, wofür Geld ausgegeben wird, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auch an den Staat treuhänderig geben. Es geht darum, dass die Wirtschaft wieder in Schwung kommt und dass vor allen Dingen auch das Thema Migration endlich in den Griff genommen wird und nicht nur angekündigt wird, so wie es die Grünen oder auch Frau Faeser getan hat. Wir haben ein Problem mit Kriminalität, auch mit Ausländerkriminalität. Wir haben ein Problem mit ungeregelter Zuwanderung. Und da ist es wichtig, dass jetzt umgesetzt und nicht nur angekündigt wird.